Hallo zum eMobility Update am Montag, den 15. April. In unserer Sendung geht's heute um Elektroverkäufe und eine Milliardeninvestition von VW, ein Update des Mercedes EQS sowie einen neuen Supercharger-Hub in einem Berliner Einkaufszentrum. Und los geht's. VW plant eine Großinvestition in sein neues Entwicklungszentrum in der chinesischen Millionen-Metropole Haufei. Schon jetzt ist die erst vor kurzem eröffnete Einrichtung das größte Entwicklungszentrum von VW außerhalb Deutschlands. Und mit der neuen Investition von stolzen 2,5 Milliarden Euro dürfte die Bedeutung des Standorts weiter steigen. Volkswagen will mit der Investition vor allem die Produktentwicklungszeit verkürzen, und zwar auf konkret um 30 Prozent. Für Tempo soll in erster Linie ein höherer Lokalisierungsgrad sorgen, gerade bei Forschung und Entwicklung. Die Strategie nennt der Konzern In China für China. Dabei gilt das Motto nicht nur für Forschung und Entwicklung an sich, sondern VW will dadurch auch gezielter auf sich verändernde Kundenbedürfnisse reagieren. Bislang haben die Wolfsburger bereits eine Milliarde Euro in das neue Entwicklungszentrum in Haufei gesteckt. Nun kommen besagte 2,5 Milliarden Euro obendrauf. Zur Lokalisierungsstrategie des Konzerns gehört auch, dass die chinesische Volkswagen-Tochter direkt vor Ort die erste chinaspezifische Elektroarchitektur entwickelt. Diese heißt China Main Platform. Auf deren Basis sollen laut VW ab 2026 mindestens vier weitere Modelle für das elektrische Einstiegssegment in der Kompaktklasse entstehen. Gemeinsam mit dem chinesischen Partner Xpeng entwickelt VW zudem zwei Mittelklasse-Modelle. In China erzielt der VW-Konzern 40% seines Umsatzes. Entsprechend wichtig ist der Markt. Durch die starke chinesische Elektrokonkurrenz bekommt der Hersteller aber zunehmend Marktanteile streitig gemacht. Mit dem frischen Geld und der schnelleren Entwicklung will Volkswagen gegensteuern. Bis 2030 sollen die Marken des Konzerns mehr als 30 reine Elektromodelle auf dem chinesischen Markt anbieten. Hofei soll dabei zur Drehscheibe für die Umsetzung der Produktlokalisierung werden. Und noch weitere News aus dem Hause Volkswagen. Der Autohersteller hat seine Absatzzahlen für das erste Quartal 2024 vorgelegt. Konzernweit konnten die Wolfsburger rund 136.400 Elektroautos verkaufen. Das sind drei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wo der Absatz bei 141.000 Stück lag. Da gleichzeitig die Gesamtauslieferung über alle Antriebsarten hinweg leicht auf 2,1 Millionen Fahrzeuge stiegen, sank der Elektroanteil von 6,9 auf 6,5 Prozent. Dabei gab es in den verschiedenen Regionen deutliche Unterschiede. Während der Elektroabsatz in Europa um deutliche 24 Prozent sank, konnte er in China von einer niedrigen Basis aus um 91 Prozent zulegen. Doch die regionalen Unterschiede konnten sich gegenseitig nicht ganz ausgleichen, sodass es unterm Strich zu dem Minus von drei Prozent kam. Beim Blick auf die Marken fällt auf, dass Skoda und VW-Nutzfahrzeuge spürbar zulegen konnten und Audi mit drei Prozent zumindest leicht. Bei der Kernmarke VW gab es einen Rückgang von 2,6 Prozent. Kubra und Porsche mussten deutlich federn lassen. Für die nächsten Monate sind die Auftragsbücher in Europa aber wieder prall gefüllt. Der Auftragsbestand für E-Autos liegt aktuell bei rund 160.000 Fahrzeugen und damit 154 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die höheren Auftragseingänge für unsere reinen E-Modelle in Europa stimmen uns zuversichtlich, dass wir in diesem Segment sowohl in unserer Heimatregion als auch weltweit im Gesamtjahr zulegen werden, sagte denn auch Hildegard Wortmann, Mitglied der erweiterten Konzernleitung für Vertrieb. Mehr als 30 Modelleinführungen über alle Antriebsarten sollen VW in den kommenden Monaten Rückenwind geben. Mercedes-Benz hat sein Flaggschiffmodell EQS überarbeitet. Das elektrische Gegenstück zur S-Klasse bekommt eine größere Batterie spendiert und erhält eine neue Optik. So steigt dank einer auf 118 Kilowattstunden erhöhten Batteriekapazität die maximale Reichweite beim EQS 450 4Matic von 717 auf 799 Kilometer. Der EQS 450 Plus überschreitet mit einer Reichweite von bis zu 822 Kilometern sogar die psychologische 800 Kilometer Marke. Dank der größeren Akkukapazität soll der EQS noch besser für Langstrecken geeignet sein, so Mercedes. Eine weitere Änderung, die Allradantriebe beim EQS können nun bis zu 1700 Kilogramm statt bisher maximal 750 Kilogramm an der Anhängerkupplung ziehen. So können Kunden jetzt auch problemlos einen Pferdeanhänger hinter ihrem EQS hängen. Mit der Funktion Automatic Lane Change bietet Mercedes-Benz nun auch in Europa eine intelligente Weiterentwicklung der Fahrassistenzsysteme an. Der automatische Spurwechsel wird auf Autobahnen mit zwei baulich getrennten Fahrspuren mit einer Höchstgeschwindigkeit von maximal 140 kmh unterstützt. Kommen wir zum neuen Look. Bei den Veränderungen der Optik gibt es ein Detail, das viele Kunden gerade in Asien erfreuen dürfte. Das Fahrzeug erhält einen freistehenden Mercedes-Stern. Bislang war der Stern in den Black Panel Grill integriert, was statussymbolträchtige Kunden abgeschreckt haben dürfte. Zudem ist ab sofort optional das von Comfort Paket Plus mit Executive Sitzen verfügbar. Anders als bei der Verbrenner S-Klasse hatte es im elektrischen EQS bislang hinten keine Executive Einzelsitze gegeben. Ein großes Manko für Kunden, die Komfort wünschen und einen eigenen Chauffeur haben. Die Veränderungen sind dringend nötig, denn Mercedes hat die Absatzziele beim EQS bislang deutlich verfehlt. Laut dem Handelsblatt will Mercedes 50.000 EQS pro Jahr verkaufen, schafft derzeit wohl aber nicht einmal die Hälfte. Unter anderem wegen des schwachen Absatzes in China. Vor allem dort sollen die Neuerungen helfen, bislang skeptische Kunden von dem Elektroauto zu überzeugen. Die Stadt München will laut einem Bericht der Abendzeitung die Anzahl der Ladesäulen bis Ende 2026 etwa verdoppeln. Momentan gibt es in München 1.200 öffentliche Ladesäulen. Bis Ende 2026 sollen es durch eine Neuausschreibung rund 1.300 mehr werden. Die Ladesäulen werden an speziellen Parkplätzen für E-Autos errichtet, die dort vier Stunden lang zum Laden stehen bleiben dürfen. Für Verbrenner sind diese Ladeparkplätze tabu. Laut dem Zeitungsbericht sieht das Vergabeverfahren für die Ladesäulen vor, die Stadt in acht Zonen aufzuteilen. Für diese können sich Anbieter bewerben. Entscheiden soll am Ende das Los. Bisher betreiben die Stadtwerke München die meisten öffentlichen Ladepunkte in der Stadt. Die Stadtwerke können zwar auch Gebote abgeben, bei einem Losentscheid für acht verschiedene Zonen steigt allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Anbieter zum Zuge kommen werden. Eigentlich sollte es in München bereits heute viel mehr öffentliche Ladesäulen geben. Jedoch wurde ein Vergabeverfahren für 2.700 Ladesäulen nach drei Jahren wegen eines gravierenden Formfehlers gestoppt. Das machte eine Neuausschreibung erforderlich. Unklar ist, wieso jetzt nur 1.300 statt 2.700 Ladesäulen ausgeschrieben werden. Aber vermutlich soll alles diesmal viel schneller gehen. Daher wohl auch die Aufteilung in acht Zonen und das Losverfahren. Während es bei der neuen Ausschreibung um AC-Ladesäulen geht, will der Stadtrat nach seiner Sommerpause auch einen Beschluss zu Schnellladesäulen fassen. Shoppen gehen und ganz nebenbei das eigene Elektroauto laden lassen. Das ist ab sofort auch im Berliner Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz möglich. Der dortige Parkhausbetreiber Upcore hat zusammen mit Tesla zwölf Schnellladepunkte im Parkhaus errichtet. Die Supercharger vom Typ V4 haben eine Leistung von 250 Kilowatt und ermöglichen ein besonders schnelles Nachladen beim Einkaufen. Der Akku dürfte sich bei vielen Autos allerdings schneller wieder füllen, als dass ihre Besitzer ihre Einkäufe erledigen können. Der Standort ist für Fahrzeuge aller Marken geöffnet, nicht nur für Teslas. Wie bei den meisten Supercharger-Stationen üblich, können die Nutzer den Ladevorgang über die Tesla-App starten und mit einer Kreditkarte bezahlen. Die Ladepunkte sind auch an die Flow-App von Upcore angebunden, die auch die Interaktion mit der Parkstruktur übernehmen kann. So kann auf ein klassisches Parkticket verzichtet werden, da die Ein- und Ausfahrten automatisch erkannt werden. In Deutschland ist es die erste Kooperation von Upcore und Tesla, während zuvor bereits zwei ähnliche Projekte in Großbritannien umgesetzt wurden. Upcore ist Europas größter Parkraumbewirtschaftler und verfolgt eine ehrgeizige Elektrifizierungsstrategie. Im Jahr 2035 will das Unternehmen die Marke von 100.000 Ladepunkten an seinen Standorten knacken. Das war das E-Mobility Update zum Wochenauftakt. Wir wünschen Ihnen einen guten Start, die nächsten News und Highlights der Elektromobilität gibt's schon morgen. Tschüss und bis dann.